Rav Camorra hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Wiener Rapper holte sich am Sonntagabend in der Impfstraße im Austria Center Vienna seine Covid-Schutzimpfung. Den Stich dokumentierte er in einer Instagram-Story. Rav Camorra war bereits mit SARS-CoV-2 infiziert, folgte aber der Empfehlung von Medizinern zu einer zusätzlichen Impfung für Genesene. Seinen Krankheitsverlauf beschrieb er als mittelmäßig, er konnte danach eineinhalb Monate nicht trainieren. Für die Impfung sprach für den Chartstürmer mit bürgerlichem Namen Rafael Ragucci außerdem, dass er Ende des Jahres für Shootings und Produktionen in die USA fliegen möchte. Ohne Impfen gern WWZ, verstehst.